Und egal, wie euer Dutch Oven aussieht, so weniger schlimm oder sogar noch schlimmer, mit meiner Methode bekommt ihr das wieder hin. Das Problem dabei ist allerdings, dass der Rost dann nicht weg ist, er ist nur überdeckt. Gut, dass du dran geblieben bist. Ich habe jetzt noch einen kleinen Teaser für dich für das 100.000 Abonnenten-Special. Willkommen zu einem neuen Video bei Meet & Great. Ich zeige euch heute in drei einfachen Schritten die effizienteste Methode, euren verrosteten Dutch Oven und jedes andere Gusseisen-Produkt wieder wie neu aussehen zu lassen. Los geht's! Diesen Dutch Oven, und das ist jetzt keine Ausrede, habe ich extra für euch seit einem halben Jahr bei mir im Garten stehen, damit der so aussieht, wie der aussieht. Und egal, wie euer Dutch Oven aussieht, so weniger schlimm oder sogar noch schlimmer, mit meiner Methode bekommt ihr das wieder hin. Und diese drei Schritte beinhalten nicht nur eine Methode, sondern sogar zwei, denn den ersten der drei Schritte könntet ihr sogar weglassen. Das erkläre ich euch jetzt, wie immer in mehrere Kapitel unterteilt. Unten in der Zeitleiste könnt ihr immer zu dem Kapitel hinspringen, was euch am meisten interessiert. Fangen wir an. Schritt Nummer 1 würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es optional ist, aber das Ergebnis ist um Welten besser. Dafür braucht ihr eine Edelstahlbürste. Lasst euch nicht abschrecken, die bekommt ihr in jedem Baumarkt und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt ihr also easy dran. Und ein Akkuschrauber. Der muss nicht mal besonders leistungsstark sein. Ganz normaler Akkuschrauber, vielleicht auch aus dem Discounter im Angebot, reicht vollkommen aus. Da packt ihr dann die Bürste drauf, kostet irgendwie so 4, 5 Euro. Und damit können wir direkt loslegen. Kleiner Tipp noch an der Stelle. Wenn ich mit was Verrostetem arbeite, arbeite ich immer ganz gerne mit Handschuhen. Dafür nehme ich mir ganz einfache Marinadenhandschuhe. Auch die verlinkt. Rost färbt nämlich ziemlich fies ab. Und vor allem auch was Kleidung angeht, empfehle ich euch, darauf zu achten, dass dieser Dutch Oven eure Kleidung nicht berührt. Konkretes Vorgehen jetzt im ersten Schritt. Mit einem Küchentuch einmal den Dutch Oven auswischen, damit der trocken ist. Dann mit der Bürste alle verrosteten Stellen richtig gründlich bearbeiten, damit der Rost auch tatsächlich entfernt ist. Ihr könntet das nämlich auch ohne diesen Schritt und ohne diese Bürste jetzt machen und den einfach mit Schritt 2 und 3 wieder neu einbrennen. Das Problem dabei ist allerdings, dass der Rost dann nicht weg ist. Er ist nur überdeckt. Der Dutch Oven würde fast genauso gut wieder aussehen wie jetzt am Ende des Videos. Werdet ihr ja gleich sehen. Aber der Rost da drunter, der blüht weiter. Und damit tut ihr euch keinen Gefallen. Wenn also der Dutch Oven in einem solchen Zustand ist, dann nehmt Schritt Nummer 1 mit. Habt ihr nur so ein paar Flugroststellen, dann könnt ihr sagen, gut, ich wisch da ein bisschen drüber und danach brenne ich den neu ein. Fertig. Und dann brenne ich den regelmäßig neu ein. Dann habe ich damit kein Problem. Könnt ihr so machen. In einem solchen Zustand aber absolut nicht mehr empfehlenswert. Wenn euer Dutch Oven mindestens so aussieht, im Idealfall seid ihr noch ein bisschen gründlicher als ich jetzt, dann kommt Schritt Nummer 2. Wichtig aber an der Stelle, das ist tatsächlich eine Mordsarbeit. Und ich weiß, es wird in den Kommentaren jetzt auch geschrieben, ja, brauchst du ja nicht so einen Aufsatz für einen Akkuschrauber. Kannst du ja auch mit einer Drahtbürste per Hand machen. Ja, kannst du. Aber der Aufwand ist dann doch deutlich immenser. Deswegen empfehle ich euch so einen Aufsatz für die Bohrmaschine. Denn selbst damit dauert das echt noch so seine 20 Minuten, bis der Dutch Oven vernünftig vom Rost befreit wurde. Wenn dann so viel Rost runter ist, wie ihr runterbekommen habt, dann geht ihr mit eurem Dutch Oven an die Spüle und spült den einmal gründlich aus. Und das bedeutet nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Spülmittel. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Damit dürft ihr jetzt an euren Dutch Oven ran und richtig gründlich mit Spülmittel, Wasser und einem Schwamm auswischen. Vor Schritt Nummer 3 müssen jetzt die Dutch Oven wieder vollständig trocken sein. Deswegen kleiner Tipp an der Stelle, stellt euren Dutch Oven mit Deckel auf euren Grill 10 bis 15 Minuten bei voller Leistung und dann sind die wieder trocken. Rausholen mit Grillhandschuhen und wieder ein bisschen abkühlen lassen und dann machen wir weiter mit Schritt Nummer 3. Während mein Dutch Oven jetzt abkühlt, einmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt auf richtig geile Dutch Oven Rezepte, dann lasst nicht nur ein Abo da, sondern schaut auch einmal auf dem Kanal nach Rezepten. Ganz viele, die meine Videos sehen, bekommen immer nur Videos einer Kategorie vorgeschlagen, die sie normalerweise auch sehen. Und wenn ihr von mir immer nur Tipps und Tricks seht oder Reviews seht, dann bekommt ihr meine Rezeptvideos gar nicht so oft vorgeschlagen. Deswegen schaut mal auf dem Kanal. Es kommt jede Woche ein neues Rezept für euch und solltet ihr das mal verpasst haben, schaut nach, schaut euch ein paar mehr Rezepte an, dann kriegt ihr die auch wieder vorgeschlagen. Oder ihr aktiviert auch noch die Glocke neben dem Abonnieren, dann bekommt ihr generell jedes Video vorgeschlagen. Falls euch weitere Themen rund ums Thema Dutch Oven interessieren, zum Beispiel, welchen Dutch Oven ihr euch kaufen solltet, jetzt schon mal der Tipp, schaut in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch immer die besten Produkte zum besten Preis-Leistungsverhältnis und auch noch bei Anbietern, die sie zum besten Preis anbieten. Wenn ihr aber wissen wollt, worauf diese Empfehlung beruht, dann mache ich gerne auch nochmal ein Video darüber, Kaufempfehlung Dutch Oven, worauf kommt es wirklich an, denn da sind so viele Mythen im Raum, die mal aufzuklären sind. Und auch Tipps und Tricks, Rezepte sowieso, schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr demnächst sehen wollt und dann werde ich da Schritt für Schritt drauf eingehen. Dutch Oven ist trocken und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 3 und dazu braucht ihr im Idealfall ein Fettrennspray. Ihr könnt aber auch haushaltsübliches Öl benutzen. Fettrennspray ist einfach nur ein unglaublich praktisches und vielseitiges Produkt am Grill. Ihr könnt damit euren Rost einfetten, ihr könnt damit euren Rost pflegen, egal ob Edelstahl oder Gussrost. Ihr könnt solche Gusseisenprodukte wie ein Dutch Oven, eine Gussplatte, aber auch Edelstahlprodukte wie zum Beispiel eine Planscher damit einfetten, damit nichts haften bleibt, aber eben auch sowas pflegen und sogar reparieren. Ihr könnt euer Essen damit einsprühen, dass es nicht am Rost kleben bleibt und, und, und. Weil letztendlich das, was hier rauskommt, ist reines Pflanzenfett. Darauf muss man natürlich ein bisschen achten. Und, dass ihr eine perfekte Zerstäubung habt. Das habt ihr aber mit so einem Spray. Und der Vorteil ist dann auch noch, dass ihr möglichst wenig Öl benutzt. Das ist einmal aus gesundheitlicher Sicht natürlich ein Vorteil, ist aber auch ein Vorteil in puncto Verbrauch von Lebensmitteln. Egal aber, was ihr benutzt, ob jetzt Öl und das mit einem Zewe einreiben oder einem Spray, einmal den gesamten Dutch Oven von außen, von innen, von oben und von unten mit einer dünnen Ölschicht benetzen. Und es braucht wirklich nicht viel. Ihr werdet das auch anhand der Farbe sehen, wenn wir das jetzt hier einsprühen. Der wird dann schon richtig schön glänzend schwarz wieder aussehen. Leider sind wir damit dann aber noch nicht final fertig. Nach dem Einölen muss der Dutch Oven nämlich jetzt wieder auf den Grill. Dabei müsst ihr drei Punkte beachten. Erstens, den Grill einpendeln auf circa 260 Grad plus minus 20 Grad. Zweitens, den Dutch Oven verkehrt herumlegen, damit das Öl aus dem Dutch Oven rausfließen kann, was überschüssig ist. Wir brauchen wirklich nur eine ganz dünne Schicht. Stellen wir den richtig herum rein, haben wir nachher das Problem, dass das Öl sich am Boden sammelt und wir dort so eine Art Lacknasen vom Öl bekommen. Das wollen wir nicht, deshalb verkehrt herumstellen. Gleiches gilt auch für den Deckel. Und drittens, ihr lasst den Dutch Oven jetzt auch so lange auf dem Grill, bis es nicht mehr qualmt und stinkt. Ihr werdet merken, das Öl, was er hier auf den Dutch Oven gegeben hat, das wird jetzt qualmen, das wird ein bisschen stinken, das wird rauchen. Und wenn das vorbei ist, dann holt ihr den Dutch Oven runter und ihr habt ihn das erste Mal eingebrannt. Ihr könnt jetzt ein zweites Mal einbrennen. Müsst ihr aber nicht. Die normale Nutzung und Pflege durch die Nutzung, das Einölen, bevor ihr etwas zubereitet oder auch wenn ihr den Dutch Oven in euren Schrank stellt, aber auch die Speisefette an sich, die werden dafür sorgen, dass der Dutch Oven jetzt weiter eingebrannt und gepflegt wird. Wenn ihr den dann wieder eine ganze Zeit lang in der Garage habt stehen lassen oder vielleicht sogar draußen oder das Essen, was ihr hier drin zubereitet habt, nicht gründlich ausgewaschen habt, dann startet ihr eben so einen Prozess wieder von vorne. Wie neu, oder? Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Die sehen doch wirklich wieder fantastisch aus. Wenn ihr jetzt mal direkt vergleicht, wie die am Anfang des Videos aussahen und wie die jetzt aussahen, dazwischen liegen circa zwei Stunden, dann ist das wirklich ein achtbares Ergebnis. Aber das ist auch eine Menge Aufwand und ich kann die Leute verstehen, die sagen, boah, den Aufwand möchte ich mir nicht machen. Dann kann ich sagen, packt eure Dutch Oven auf ein Kleinanzeigenportal oder bei uns in die Facebook-Gruppe. Es gibt sicherlich Abnehmer dafür, die sich diese Mühe machen wollen. Und im Gegenzug schaut ihr in die Videobeschreibung und findet dann dort einen neuen Dutch Oven zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt hier auch das Ergebnis nach einem einzigen Mal einbrennen und ich finde, das sieht wirklich fantastisch aus. Wenn ihr jetzt irgendwo noch Lacknasen haben solltet, mit dem Zewe einfach abwischen, nochmal eine ganz dünne Schicht, wirklich nur dünn drauf und die Lacknasenseite dann wieder nach unten legen, damit sich da nicht wieder Lacknasen bilden. Ich nenne es jetzt einfach mal Lacknasen, dann wisst ihr, was ich meine. Der Dutch Oven ist jetzt wieder einsatzbereit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch ein Abo für den Kanal da, wenn ihr alles Weite rund ums Thema Dutch Oven und Grillen nicht verpassen wollt. Und wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung habt, eine Ergänzung habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann können wir uns dort austauschen. Ansonsten auch gerne der Facebook-Gruppe, die Grill-Community beitreten. Auch dort können wir uns austauschen. Und wer noch so ein paar Sachen aus dem Hintergrund mitbekommen will, der schaut mal bei Instagram vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar verlinkt. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Video. Ciao. Gut, dass du dran geblieben bist. Ich habe jetzt noch einen kleinen Teaser für dich für das 100.000-Abonnenten-Special, was am 1.10. online kommen wird. Wenn du das Video hier nach dem 1.10. schaust, dann geh auf den Kanal, such dir das Video nochmal raus. Du wirst auf jeden Fall davon profitieren, dieses Video gesehen zu haben. Das, was ich dir jetzt vorab schon mal sagen möchte, ist ganz einfach. Erstens, es wird fünf Verlosungen geben. Und zu jeder Verlosung wird es drei Plätze geben. Das heißt, es gibt insgesamt 15 Gewinne und fünf unterschiedliche Bedingungen, daran teilzunehmen. Wenn du also an allem teilnimmst, dann hast du 15-fach die Chance, etwas zu gewinnen. Und das sind keine kleinen Gewinne, sondern selbst der dritte Platz fängt bereits bei 200 Euro Warenwert an. Der zweite Punkt, den ich teasern möchte, wenn ihr auf der Suche seid nach dem besten Dutch Oven oder nach einem Dutch Oven zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, Dann haben wir ab dem 1.10. genau das richtige Angebot und das zu einem unschlagbaren Preis. Aber keine Sorge, es wird an diesem Tag nicht nur um Produkte gehen, sondern es wird noch so viel mehr passieren. Insgesamt gibt es mindestens acht Kapitel und jedes Kapitel hat es in sich. Dieses gesamte 100.000 Abonnenten-Special an dem Tag hat es so in der Grillbranche noch nicht gegeben. Das verspreche ich euch. Also dann, danke fürs dranbleiben. Bis dahin.